Ach ja stimmt, jetzt erinnere ich mich wieder. Ich glaube auch gar nicht so kurz. Und alleine. Okay, auf geht's. Fertig. Los. Siege alle geiles Spielzeuge, okay. Bom, 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 lasst Bomben reden, mir regnen. Wo sind denn die nächsten? Kann ich mit X-Cottmann springen oder nicht? Da sind Gegner. Jawoll, schön viele Wecke, Nazzle. Sehe ich mich hier in dem Level, ne? Gibt's das als Spiel, als Einzelspiel? Da unten sind die Jungs. Die nächsten. Jawoll, doppel, doppeldöhrer, ich hab's schon doppeldöhrer gemacht. Ja, nice, so ist doch easy. Wo sind die Nächsten? Da kommen sie angeflogen. Oh, gar nicht so wenige. Oh, oh, jetzt bricht's gleich wieder ein. Kann alle wieder respawnen oder was? Bisschen anlocken hier an den Aal. Hier jetzt. Jawoll. Ah, langt sie nicht mehr? Okay, aber kriegen wir auch so easy weg. Oh, der scheint doch eigentlich besonders gut zu sein, oder? Kann das sein? Boah, der ist doch besonders gut hier. Den haben wir geschafft, nice. Boah, was ist das für ein Ding, Alter? Äh, warum haben wir den jetzt so schnell besiegt? War doch gerade eben ein schwerer, oder nicht? Wo sind die Nächsten? Und vor allen Dingen, wie viele sind das hier, bitte? Ich hab die Nächsten. Boah, das war ein guter. Direkt alle weggemacht. Äh, welche schaffen wir doch hier? Nächsten, nein. Wie er vor mir wegläuft vor allen Dingen auch. Der Lumpf. Wie viele muss ich denn noch schaffen von denen? Ich muss doch jetzt mal weg sein. Jawoll. Oh, das scheint der Boss zu sein von denen. Ähm, wo steht er denn? Da steht er. Ja, komm, geh doch zu so einem Ding hin. Geh doch zu so einer Bombe hin. Ja. Und die Bombe nutzen. Nice. Ich müsste ihnen eigentlich Schaden zugefügt haben. Okay, auch zur nächsten Bombe würde ich sagen, dass wir ihn hier hin locken. Da darf er uns natürlich nicht erwischen. Wer jetzt hier die Bombe aktiviert oder so einen Scheiß. Wuhuhuhuhu. Jetzt haben wir bekommen Pixelherzbinder. Mhm. Ein Talisman, mit dem du mittels Koop-Kommandos Randale-Reif zur Unterstützung herbeirufen kannst. Randale-Reif, weh ich mich zu 100%. Randale-Reif, das ist der Mitarbeiter. Berndal-Reif, da ist er wichtig. Rundal-Reif, das ist der Brust. Ich bin einfach ganzichtig. Und du? Es ist zu. Aber du? Oh, wie ist Buzz? Es ist der Brust. Es ist zu. Man hat es geklauert. Er hat sich zumal. Das ist er nicht. Oh. Sora, wie wir ihn zurückkommen? Ich weiß nicht. Meine Macht wird nicht öffnen. Sir, habe ich gehört, dass du Dark Corridor gesagt hast? Das stimmt, Sarge. Any ideas? Das könnte ein langer Schritt sein, aber wir haben ein Schadowy Portal in der Kid Corral. Wir können von einer Schraubung in den Babys und Toddlern entdecken. Ich gehe da und gehe es öffnen. Sarge, du bist ein Lebenssaver. Sind Sie in? Ja! Bitte versuchst, dass du Buzz zurückbringst. Mit Batterien inkludiert? Gehreie sicher. Sehr gut. Nicht zu worry. Wir werden unseren Freund zurückbekommen. Herr Sichi, holen wir ihn zurück. Du hast Verum's Racks of the Elite freigeschaltet. Untersuche die Spielekonsole in der Videospielabteilung, um es zu spielen. Ach. Wo müssen wir jetzt? In den Kinderspiel-Ecke zu gelangen. Wohin müssen wir jetzt? Also hier waren wir schon. Ist doch jetzt irgendwie den Außenbereich oder so, sagt der, ne? Haupthalle Erdgeschoss. Ich denke mal, da müssen wir ja hier raus, oder was? Oh, bitte lass dir jetzt keine Gegner auftauchen. Gar kein Bock. Aber keinen Speicherer sehe ich. Und schnell ganz raus. Sonnig. Ist auf jeden Fall sonnig draußen. Annys Haus. Annys Haus wollen wir doch eigentlich gar nicht, oder? Wollen wir zu Annys Haus? Nein. Hätten wir es vielleicht mal oben durchlesen sollen. Und wir sind in den Spielzeugrat. Okay, er hat es gerade gesagt. Alles klar. Jetzt sind da bestimmt überall wieder diese Herzlosen nachgespawnt. So, ich hoffe, er kackt jetzt nicht gleich wieder ab hier. Oh, die Verbindung von der Playstation. Aber müsste eigentlich halten. Ganz kurz angezeigt, dass er nicht mehr gute Internetverbindung hat. Aber jetzt da sieht es wieder ganz gut aus. Wie komme ich jetzt zur Spieleabteilung? Das ist natürlich eine Frage, wie wir uns an der Stelle zurechtstellen. Was machen wir hier Sachen? Wie darf ich den Kaugummi-Automaten eintrashen? Immer gut. Keine Ahnung, wo es hier zur Spieleabteilung geht. Ich glaube, wir müssen oder war das draußen und wir hätten nur nicht gerade rausgehen müssen. Irgendwie links, rechts, gerade raus weg. Mach auf. Mach hier auf. Das ist vielleicht irgendwo hier links, rechts. Nee, nee, nee. Ey. Das ist schon irgendwo hier drin. Ich stelle mich, glaube ich, auch gerade wieder mehr als ziemlich an beim Suchen. Aber. Eine Rutsche haben wir ja auch noch nicht ausprobiert, muss man sagen. Und Jumpy. Zoom haben wir ausprobiert. Die drei haben wir noch nicht ausprobiert. Das ist eigentlich klar, wo die hinführt. Ah, da sehe ich doch die Spieleabteilung, glaube ich. Oder nee, das ist die Puppenabteilung? Ah, das ist, das müsste das Spieleland sein. Boah, was passiert mit meiner Stimme passiert? Gut gemacht, eigentlich. Okay, dann auf, auf, da hin, würde ich sagen. Warum kommt hier kein Kampf? Was ist hier los? So, was geht hier? Kinderspieler, der ist doch böse. Safe ist der böse. Der ist nicht böse, alles gut. Bestimme Blöcke lassen sie sich bewegen, indem du ihnen ein Brot eines Gigants annäherst und drückt, ist okay. Und weckt damit. Ui, jibiii. Nice. Und jetzt? Deila 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 Echt More Fartanis. Erstmal auf dem Dicken, erstmal auf dem Dicken, erstmal auf dem Dicken. Gut Diggi, geht tot, geht tot. Boah, die Bomben machen schon ganz gut Schaden eigentlich, ne? Jawoll. Wer ist? Budi ist aufgestiegen vom Level her. Nice. Oh, da kommen welche. Wollen die die pinken? Die sind immer ganz schön stark eigentlich. Vielleicht stoppe ich mir gleich mal so ein pinken. Na, der rote ist auch gleich weg, oder? Oh, ich geh doch jetzt mal drauf, wie viel hat denn der rote gerade ausgehalten? Okay, nice. Haben wir geschafft. Hoppalle, zweiter Stock. Was, der hinten mit einem neuen Gang? Game Store. Oha, da sind müssen wir aber eigentlich ja nicht rein. wir müssen er kann doch was da stehe ich jetzt kann ich da kann mir doch dann sich hier oben waren wir auch schon die kleinen dinger die sich denn im boden verstecken können das ist so nervig dann gehen wir jetzt mal diese spiele ecke und noch mal zu der tür vielleicht wird er gar nicht durchgegangen oder so wird sie tatsächlich nicht wir waren noch gar nicht fertig wir haben nur den eingang einfach beigemacht okay es gescheckt was denn oben auf den vom 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 den zweiten schnell auch weg ihr wollt sehr stark sehr stark sehr stark und weg wie kann denn da hinten schon wieder jetzt einer sein wir haben doch da hinten schon alle weg gemacht schon auf den schießen und jawohl und dann muss er da weg sein ja alle weg zusammenbauen müsste jetzt ja eigentlich alleine denn da jetzt so ein tonen in ballern aber sagen denke ich lag noch nicht hat sich auch gerade bauen können jetzt vielleicht gelangt aber oder noch welche einfach dort drüben da drüben ist relativ das ist ein kleines spielzeug die mir komplett auf den sack aber die kann man zerstören ok da kann man ja wie sie durch warum bin ich ihnen jetzt halb down was soll das denn jetzt alter weiß ich ob ich das jetzt noch schaffen hier weil die hier vorne weg bitte und dieses kissen verlangen die steine hier nicht lang die nicht warum kann ich nicht diese würfel nehmen wie lange doch easy aber das mich durch das mich arzt ich bin durch er ist los geht uns ja kommt auf den sack oder was ich brauche nur eine maschine also richtig nervig muss ich raus aber es ist geräusch warum repariert er sich auch nicht selber der scheiß und das schild aktivieren auf jeden schön mit pegasus hier immer schön um die mitte augen das sei dass ich den gar nicht lenken muss oder nur x drücken muss das ist von alleine macht ich musste gar nicht denken oder immer gelenkt ich glaube ich gar nicht jetzt die time wir haben alle schon wieder weg gemacht hier ne ne da ist noch einer jetzt aber alle weg den hätten wir natürlich auch mal nutzen können eigentlich ne aber habe ich nicht baby ich könnte mir vorstellen dass wir nachher da raus kommen oder wir den noch brei raum räumen müssen vor einmal irgendwie ich weiß noch nicht wie das ist denn hier drüben da komme ich denn hier generell rauf jetzt da oben sind blöcke ja aber da kommen wir doch nicht ran oder was wo sind hier scheiß blöcke gesagt hast du nicht aber ich sehe sie nicht wo sind hier blöcke jetzt ehrlich da oben ja okay aber sonst sind sie doch also es sind doch keine blöcke oder was oder meinen sie tatsächlich die hier oben ich denke manne ja aber erstmal müssen wir jetzt so ein scheiß roboter wieder finden wo ist denn so ein roboter jetzt damit er dann nur geparkt aber der ist doch nicht zerstört worden jetzt könnte da nicht hoch als einfach mal so oder was man kann da hochlaufen aber nicht hoch springen also kein erzählen wirklich nicht was hier los also roboter da will ich ja ich habe es nur meine spielzeug glaube ich nicht einsteigen wer aber nice da hier sind auch blöcke ja was geht jetzt eine party siege alle herzlosen und baue dann die blöcke zusammen ja wenn ich so ein scheiß roboter hätte mit dem beispiel das ist ein roboter ja sind da jetzt noch welche gewesen nein doch auf jeden fall habe ich da unten jetzt ein roboter gefunden können wir mal nehmen grün sogar da was hat es geschafft komme ich nicht hin darf ich nicht bewegen anscheinend ich muss halt erst mal jetzt alle finden hier drinnen wird schon nicht so einfach haben wir jetzt auch hier viel hier drinnen ein vielleicht doch jetzt nach oben oder was stecke ich hier fest alter jetzt kann ich daran nice ob das schon bleibt oder müssen wir noch mal welche finden weiß ich gar nicht mehr nah dran sagt er wenn ich mit dem ding der hochflieger selbst mal ehrlich um geht das nicht wo sind jetzt die letzten dinge aus dem haben wir das heraus sprich es muss ja irgendwo hier jetzt sein wir sind sie da sind doch noch gegner muss man erstmal alle finden hier jetzt kommen wir da auch ran easy peasy locker locker ist so unnötig gebaut jetzt aber auch mal raus ja gar nicht gerne drinnen dieser maschine wo ist der cactus warum kannst du wände hochlaufen aber nicht zu diesem komischen ding da schön verkackt sympathisch feiere ich warum kann läufst du denn nicht hoch wenn ich sag du sollst jetzt nach oben laufen es ist nicht machbar ha den schwung muss man hinbekommen alles klar so wir haben jetzt die spielzolle soldaten das portal gesehen wo macht das sinn schaue ich gar nicht hier we go again my my what what do you want with my friend look such tremendous darkness all because he was ripped away from the boy who cares about him most does that mean we'll all be like buzz if we don't find andy wrong distance doesn't matter andy's part of their hearts just like my friends are part of mine you can't rip that apart what what your friends are your power how very true but if the light of friendship is a form of power the darkness of being alone is a power even greater darkness is the heart's true nature whatever you're talking about i don't care put buzz back the way he was then get lost or else what toy yeah i am a toy and a friend my guess is no one's ever loved you before because you know nothing about hearts and love there are hearts all around us trying to connect your loneliness only made woody and buzzes connection stronger that's the heart's true nature to never ever let go where ever they are ndy and the other toys haven't let go either yeah you can't keep us from andy we're going home no matter what and taking buzz Xehanort Du bist so caught up in finding the Shadows Du forgot about the Light That cast them No Woody, jetzt! Giddy up, partner! We gotta get this wagon train a-movin' It's so shit What is it? Wait, how did I get here? End it Maybe somebody switched you into dark and stormy mode But I don't have a Thank you, Woody You're welcome Good to have you back, Buzz We can't hold him much longer Don't give up, guys So even empty puppets can be given strong hearts I'm going to have to remember that Remember this Our hearts will always be connected to Andy's No matter what you do And that's something you'll never understand Because you're hollower than any toy But now I know a heart can be placed in the vessel of our choosing For that Let me give you a parting gift to play with Wait! Find the heart's joint to yours Huh? There! Careful! Whoa! Here goes Okay Okay Den müssen wir erstmal checken jetzt Gut ausgewichen erstmal Und jetzt gleich den Donau Ähm Meteorogen machen Papapapapam Hat schon ein bisschen was angerichtet direkt Nice Feier ich auf jeden Fall Kommt schon Gib ihn, gib ihn, gib ihn, gib ihn Gib ihn, gib ihn Hier we go Hier we go again Bye bye Gib ihn noch Bisschen mehr noch Hier we go Kommt schon Hau ihn um, hau ihn um, hau ihn um, hau ihn um Hau ihn um Verstecken, erstmal verstecken Wie lange Prompt er denn Kommt schon ein Leben noch Backkorn, bevor er wieder irgendwas macht Ein Leben backkorn, ein Leben backkorn Kommt schon, kommt schon, kommt schon Konterschild Ja, schafft mir safe Jawoll, jawoll, jawoll Ja, war klar, dass ich jetzt Bomben abbekomme Aber die habe ich mir Äh, die wollte ich einkassieren Damit ich jetzt den Goofy-Bomber vielleicht noch machen kann Nein, ich wollte den Goofy-Bomber machen Nicht den Ah, der wird ja nicht treffen jetzt, oder? Nice Er hat nicht getroffen Scheiße Wo ist er denn? Wo ist er? Hello, Dartha Wie komme ich jetzt hier rauf? Ja Nächster Punkt wieder weg Nice Jetzt aber den Raketen Die Rakete ist super Die Rakete ist jetzt ja richtig gut Rakete ist top Dafür ist sie top Oh, natürlich geiler jetzt Wenn er das nicht gerade macht Dieses Drehen Müssen ein bisschen hochkommen eigentlich Okay Und Finale Und Trittlava Jawoll Hat glaube ich getroffen Würde ich jetzt behaupten Ja Nice Ja, wie soll ich denn da ausweichen? Ich bin ehrlich Was geht jetzt für eine Party? Was geht jetzt für eine Party? Was geht jetzt für eine Party? Der Konter Schild Konter Schild Oder ein Goofy-Bomber wäre auch nice Goofy-Bomber würde ich auch nehmen Oder Raketen Dings Geht in den Griff Wollen sie besser feiern Warum kriege ich einen Goofy-Bomber jetzt? Das wäre ein Goofy-Bomber so geil Komm schon Vielleicht nur noch einen Schon noch Noch ein bisschen Bevor das Finale beginnt Ja Das war gut Das war gut Wo ist er? Gehe ich ihn überhaupt da unten? Keine Ahnung Ob er überhaupt Ein bisschen trifft Noch ein bisschen Wetter treffen wohl Nur noch den Nur noch den Nur noch den Und wir sind alles drauf Und jetzt sind Raketen Noch mal rauf Und direkt Finale starten Juhu Wenn er trifft Wir haben es geschafft Sehr geil Sehr geil Das war gut Lange ein Spieler So Xehanort Got away Again Yeah He's a big Kitten I'm sorry What? I wanted to get you back to the real world It does seem that we're trapped here We'll never get home Yeah Stuck like pigs Our position appears fixed Oh no A shame We'll have to stay a little longer With our new best friends Well After all the adventures we've had We're not quite ready to say so long You guys I'm sorry I'm sorry that I was being so stubborn Please Let's go bath lighting Hey You were just looking out for your friends No biggie Yeah Somebody's got to be the sensible one Especially since Woody's always getting in trouble Gorge That sounds a little like Sora Don't it? Yeah I like the compatible one Like buzz Kinda Besides If we do go back to the real world We'll never see you again, right? Oh But What about Andy? You care about him so much And he's still right here with us If we follow our hearts We'll find him again Yeah Yeah So Sora Are you going after the guy in the black coat? Something tells me we can't join you on that mission That's okay Because you become part of our hearts So let us become a part of yours Thank you You can find me To infinity and beyond Aber ist die Welt denn schon durch? Nee Dann müssen wir später nochmal hin oder wat? Toi Box? Das Deutsch heißt Toi Story Warum heißt das Toi Box? Toi Box Umänderungs Bei Bahama Der ist glaube ich auch nicht schlecht Meine ich Der war auch gut 준비 Wie er ist egal Dabei geht es noch nicht to Ich fühle mich So wie你看 es Es äh 젊 Es ist ает Sohra, was über die Power des Wachstum? Du musst mich erinnern? Natürlich, wir wollen nur helfen, dich motiviert. Ich dachte mir über Roxas. Er ist hier in meinem Herz. Aber er braucht ein Körper, um ihn selbst wieder zu sein. Oh, keine Angst. Yenzo arbeitet auf eine Art Weg, um ihn zu frei zu werden. Oh, ich glaube, er hat den perfekten Körper, alles in Ordnung. Du hast den Gummifon, Sora. Warum nicht versuchen, ihn zu telefonieren? Uh, ich glaube so. Ja, warum nicht? Es ist ein Gummifon. Hiya, Sora! Du bist ein Mann! Hey! 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 W-Wrong Nummer? Nein! Riku und ich sind zu Radiant Garden. In der Fall, wir waren gerade zu callen, aber es sieht, dass du uns auf die Bühne hast. Sora, ist etwas falsch? Ich wollte, um deinen Gehirn zu wählen. In order for uns zu re-completten Roxas, er braucht ein Körper, richtig? Ja, um seinen Herz in zu setzen. Ja, um seinen Herz in zu setzen. Ja, um seinen Herz in zu setzen. Oh, was? Oh. Ja. Du wirst nicht erinnern. Ja. 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 Die Replika nimmt die Form des Herz in sie. Das ist perfekt. Ich spreche mit Ienzo. Er war in der Organisation damals, also er könnte mehr wissen. Great. Danke. Wait. Du glaubst, dass sie auch nach Replikas sind? Nein. Sie haben definitiv gesagt, eine Black Box. Wer ist das? Die Organisation und Maleficent. Oh. 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 ok los ok prost